So Leute, neue Kack-und-Sach-Themen. Was könnten wir denn machen? Morbius. Vorschläge. Morbius, ja. Ja, oder wie wär's mit Richterin Barbara Salisch? Gibt ja noch diese Kinderserie mit der Kuh, Lieselotte. Big Brother hat mehr erzählerische Tiefe und Interpretationsspielraum als Bedenken bestimmt. Wir brauchen mal irgendwas Neues, Leute. Wir brauchen was Altes, Neues. Wir brauchen was, das schon da gewesen ist und jetzt aber neu. Ja, aber was? Doug von STP. Das deutsche Kino, Teil 3. Ja! Hier.